Relegation gegen HSV fix. Eigentlich glaube ich nicht, dass Heidenheim direkt aufsteigt. Ich denke, dass das HSV noch irgendwie schafft, aber die Frage ist halt wirklich, ist es besser, ist es wirklich besser, wenn wir Relegation überhaupt kommen sollten, wenn wir gegen Heidenheim spielen, die ja vermeintlich vielleicht die schwächere Mannschaft sind, aber da ist die Fallhöhe so hoch, es wäre so typisch, wenn nur Heidenheim gegen Hertha aufsteigt und da werden auch natürlich alle für Heidenheim sein. Das wäre noch eine ganz, ganz harte Saison, Alter. Oh Gott, ich dachte gerade 2-0 durch Guardiola, aber war daneben. Hoffenheim könnte noch da unten wieder reinrutschen, die haben noch viele schwere Spiele. Ja, ich hoffe es ja auch, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube leider, dass Hoffenheim sich jetzt befreien wird. Das haben wir natürlich wieder angefangen, weil wir gegen eine Mannschaft, die seit Oktober nicht Oh Gott, ey, Dortmund kommt ja überhaupt nicht ins Spiel, weil wir gegen eine Mannschaft, die seit Oktober nicht mehr gewonnen hat, einfach mal 3-1 verlieren und völlig wie ein zahnloser Tiger, wie man immer so schön sagt, spielen. Kevin, grüß dich. Kevin, was sagst du denn? Wer steigt denn ab? Wer steigt denn ab? Das ist auch wirklich, das kann keiner ganz einschätzen. Das kann einfach keiner abschätzen. Mann, ich, das ist ja auch nichts gegen Bochum, aber ich hätte mir, jetzt sag mal, was macht denn Dortmund da, Alter? Viele Torschüsse haben die mittlerweile. Bruder, wir sind geisteskrank schlecht, müsste schon 4-0 stehen, die Kreisliga lässt grüßen, das ist wirklich Katastrophe. Süle hat ernsthaft gerade den Kopf geschüttet, als Kobi ihm gut zugesprochen hat. Ja, über seine eigene Leistung wahrscheinlich. Stuttgart und Köln gehen direkt runter. Meinst du wirklich, da müsste aber Köln ja wirklich fast kein Spiel mehr gewinnen. Also, ich glaube, wenn die ein Spiel gewinnen, könnte es denen schon reichen. Franzay, grüß dich. Iyuko kommt bald wieder, nun keimt nochmal Hoffnung. Ja, das hoffe ich natürlich auch sehr, dass der uns auch weiterhelfen kann, auch eventuell in dem System. Ich weiß nicht, in welcher Form, aber das ist schon nochmal ein Unterschied. Oh Gott, jetzt ist auch noch Kobel verletzt bei den Dortmundern. Na dann, gute Nacht. Ich sage leider, Stuttgart und Hertha und Schalke Relegation, bin Schalker, sorry. Ja, das ist dein Wunschtipp, aber ob das wirklich so kommt. Also, Schalke war wirklich gegen Leverkusen, hätten die ja wirklich 5-6-0 verlieren müssen, eigentlich bei den Chancen der Leverkusener, aber ja, wer weiß. Also, mir fehlt auch die Fantasie, wie wir auf Schalke gewinnen sollen. Ich weiß es nicht. Wir brauchen halt eine Leistung wie gegen Freiburg. Ich denke, Schalke Stuttgart direkt runter und Hertha Relegation gegen HSV und hält wieder in der 2. Liga seit 5 Jahren. Könnte ich mitleben, wobei ich eigentlich echt, also ich habe echt, ich weiß wirklich nicht, wie ich das aushalten soll, nochmal Relegation zu spielen und nochmal gegen HSV. Torschüsse 12-1. Okay, Dortmund hat immer einen schönen Torschuss, nicht schlecht. Leverkusen ist aber auch besser, als der Tabellenplatz hergibt. Ja klar, die haben wir ja auch wieder ins Spiel gebracht mit unserem 1-4 und seitdem haben sie ja nur noch gewonnen. Aber trotzdem sieht man halt, dass, wenn Jens fehlt bei Schalke, das auch wirklich einen krassen Unterschied einfach unter anderem macht für die Stabilität in der Abwehr. Ich weiß es nicht. Sonntag werden wir schlauer sein. Bitte nicht gegen den HSV, das war so schlimm, das Hinspiel. Das war wirklich so eine Katastrophe und der HSV hat ja da auch nicht gut gespielt. Am Ende durch eine Flanke haben die 1-0 gewonnen, aber wir haben als Erstliges zu Hause so peinlich gespielt. Leverkusen unter Alonso, wirklich unglaublich gut, muss man sagen. Ja, aber auch erst seit sie gegen Hertha 4-1 gewonnen haben. Die haben ja vorher auch immer wieder, dann haben sie immer wieder gewonnen, aber Leverkusen ist sowieso so eine Mannschaft, die hat ja die ganze Saison schon immer nur Probleme gehabt, wenn sie ihre Chancenauswertung nicht im Griff hatten, weil Chancen hatten die eigentlich immer. Ich würde Leipzig nicht an der Leistung von heute messen. Es wäre hilfreich, wenn sie heute gewinnen, damit sie wieder etwas überheblich lockerer gegen uns angehen. Ich glaube, ich weiß es nicht, es ist spekulativ, aber 120 Minuten wären auf jeden Fall nicht schlecht. 120 Minuten für Leipzig wären nicht schlecht, auch wenn die natürlich einen breiten Kader haben, aber wäre nicht schlecht. Hertha belebt Mannschaften, die eigentlich schon am Ende sind. Wir kommen unserem Auftrag des Sozialarbeiters der Liga auf jeden Fall nach. Sonntag ist für den VfB halt Endspiel, wenn sie das verlieren, sind sie für mich sicherer Absteiger. Also wenn die das verlieren, tja, je nachdem wie die anderen Spiele dann noch ausgehen, wird es, ich würde aber nie sagen, einer ist ein sicherer Absteiger. Wie oft wurde das in den letzten drei Jahren, wo wir ja auch schon jedes Mal tot gesagt waren, wie oft wurde das über Hertha schon gesagt, da kann immer durch die direkten Duelle noch alles passieren. Zum Beispiel spielt ja auch Stuttgart im letzten Spiel zu Hause noch gegen Hoffenheim. Aber klar, das ist natürlich aus Stuttgarter Sicht für alle, die Stuttgart-Fans sind, wäre bei mir ja genauso, würde ich auch sagen, wenn wir das Spiel nicht gewinnen, sind wir abgestiegen. Also grundsätzlich haben die Zweitliga-Teams keine Chance gegen die Bundesligisten, egal wer da in die Relegation kommen muss. Also da habe ich leider ein sehr negatives Erlebnis aus Düsseldorf in meinen Augen, wo wir abgestiegen sind in der Relegation. Ich glaube, ich spreche für jeden, der im Stadion war, lange nicht mehr so viel Wut verspürt und der HSV wird kein zweites Mal gegen uns es nicht schaffen. Ja, vor allem, wenn die uns, man muss sagen, ich weiß nicht, wie es bei der Mannschaft war, aber die Fans haben uns auf jeden Fall unterschätzt und das wird auf jeden Fall nicht nochmal passieren. 120 Minuten gespickt mit Krämpfen und kleineren Muskelfaserrissen, das wäre für uns optimal. Ich dachte damals, als wir in Düsseldorf gespielt haben, auch, dass wir besser sind als Düsseldorf, waren wir dann aber doch nicht und haben das kläglich verloren gegen Maxi Beister, Alter. Ich weiß gar nicht mehr wie dieser große Tomis Brücker oder so. Schön, dass Stuttgart im Pokal weiter ist und schön vor unserem Spiel eine englische Woche hat. Ja, das könnte man auch als positiv ansehen. Das könnte man auch als positiv ansehen. Düsseldorf, das war Betrug. Ja, das war schon wild, wie die da alle schon auf dem Feld standen. Unsere Spieler gefühlt auch schon richtig Schiss vor denen hatten. Das war schon, also Düsseldorf war wirklich crazy. Düsseldorf war wirklich Katastrophe. Das war, glaube ich, wirklich mein all-time schlimmstes Stadionerlebnis in Düsseldorf. Auch wenn ich viele unschöne Sachen erlebt habe, aber das war, das hat allem noch die Krone aufgesetzt. Ja, Dortmund ist überhaupt nicht online. Düsseldorf, Alter. Wir haben ja da auch noch übernachtet. Das war so depressiv. Und damals bin ich wirklich nicht von ausgegangen, dass wir runtergehen. Also bei aller Liebe nicht. Tom, wo kann man dich treffen? Block P4 bin ich gegen Bremen. Aber ich bin mit vielen Leuten unterwegs. Also wir können trotzdem sprechen, aber ich werde wahrscheinlich nicht so viel Zeit haben wie sonst. Genau, du reißt wahrscheinlich extra an. Glaubst du, Bochum spielt noch so weiter wie in den letzten Wochen? Ich bin der völlig falsche Ansprechpartner, weil ich natürlich auch immer mit Hertha-Brille denke. Und ich habe Bochum schon so oft gesagt, naja, jetzt brechen sie ein. Beziehungsweise jetzt sind sie abgestiegen. Erstmal ganz am Anfang der Saison, dann hatten sie die Siegesserie mit Letsch. Dann haben sie drei oder vier Spiele hintereinander verloren. Und dann dachte ich, ja gut, jetzt hatten sie die Siegesserie, jetzt sind sie wieder unten drin. Und dann gewinnen die wieder Spiele, die holen Punkte in Frankfurt. Ich kann es mir nicht vorstellen irgendwie. Ne, ich glaube, Nico kommt leider nicht. Der muss das ja auch immer abregeln mit Kind und Frau und Schichtarbeit. Da bin ich auch mal gespannt, wie das bei uns wird. Nali arbeitet ja auch immer in der Schicht. Deswegen kann ich ja auch immer streamen, dass ich das so anpasse, wann sie nicht kann. Aber wenn du dann ein Kind hast, wird es wirklich schwer. Bei Bochum hat der Trainerwechsel was gebracht. Auf jeden Fall. Also komischerweise, obwohl Reis ja eigentlich ein guter Trainer ist. Aber hätten die mit Reis durchgezogen, ich glaube, die wären immer noch auf Platz 18. Das hat dann alles nicht mehr geklappt. Gut, die hatten sich auch ein bisschen in den Haaren, muss man sagen. Aber da hat der Trainerwechsel richtig was bewirkt. Und Bochum hat ja wirklich mit Abstand, das ist ja nicht böse gemeint, aber nominell von den Einzelspielern gesehen den schwächsten Kader. Und trotzdem, ja, trotzdem kriegen sie es immer wieder hin. Einfach Samstag mal ein richtig geiles 18-30-Spiel mit richtiger Partystimmung zu erleben. Ich glaube wirklich, es gibt kein, also ich müsste es nochmal nachgucken, aber ich glaube, es gibt keine Mannschaft, gegen die wir eine schlechtere Statistik haben, als gegen Leipzig in den letzten 13 Spielen. 13 Spiele gegen Leipzig, ein Sieg, ein Unentschieden. Und diese Tordifferenz, wie oft wir von denen abgeschossen wurden, gerade auch zu Hause, ey, es ist unglaublich. So, jetzt meine Frage, die mich seit geraumer Zeit beschäftigt. Wo packen wir Iyuke hin, wenn er wiederkommt? Tja, jetzt hatten manche schon überlegt, man könnte ja auch Schiene, Luke Bakio rechts und Iyuke links machen, aber da rennst du ja ins offene Messer, das kannst du nicht machen, das ist viel zu offensiv. Wie sollen Iyuke Defensivarbeit machen? Stell ich mir noch schwieriger vor, als bei Luke Bakio, je nachdem, ob er Lust hat. Aber vielleicht irgendwie hinter die Spitze oder eine Doppelspitze oder er stellt wieder auf 4-4-2 um oder 4-3-3. Aber ich weiß nicht, ob wir das machen sollten, weil jetzt vielleicht nicht gegen Hoffenheim, weil wir da halt auch mit Uremovic und Rochel gespielt haben, aber wir sehen ja schon, dass die Dreierkette uns auf jeden Fall Sicherheit gibt. Was würde das für ein Kind für einen Namen cool finden? Das kann ich hier nicht öffentlich sagen, sonst kriege ich Ärger mit Nali. Hätte bei Bochum nicht die ersten sieben Spiele der Verräter auf der Bank gesessen, wären die schon unten raus. Ja, aber Reiß hat ja vorher krasse Arbeit geleistet. Also ich fand, Thomas Reiß hat ja erstmal der Aufstieg war ja schon krass. Also habe ich jetzt auch damals nicht zwangsläufig mit gerechnet. Aber dann noch dieses krasse in der Liga bleiben. Das war ja eher, dass es dann zwischenmenschlich Probleme gab, nachdem hier dieser eine der ehemaligen Spieler, mir fällt gerade seinen Namen nicht ein, dann gegangen ist da aus dem Vorstand oder was das war. Kannst du die Punkte der Kanal, die Kanalpunkte kannst du immer wieder mal verwetten, wenn wir mal wieder dran denken, eine Wette zu machen. Dodi auf die 10 könnte man auch machen. Vor allem Dodi schießt ja auch gerne. Er ist halt nicht so der Vorlagengeber. Kommt halt vielleicht für die Stürmer nicht viel an. Aber der geht halt gerne. Das Ding ist, er kommt ja gerne, sage ich mal, aus einer Halbposition und geht gerne in die Tiefe. Also vielleicht könnte das auch passen. Und dann schießt er gerne aus der Distanz. Nein, so nehmen wir unser Kind natürlich nicht. Bin dafür, dass Jessica und Prinz von Anfang an spielen. Ja, also ich fand auch Prinz gut, muss ich sagen. Ich finde, ich sollte bei einer Million Kanalpunkten die Belohnung bekommen, dass Tom sagt, ne, Digga, das werde ich niemals sagen. Außer du gibst mir, ne, das werde ich niemals sagen. Wieso sollte ich das tun? Was ist, vor allem, warum willst du das? Ist die Frage. Was hast du für eine sadistische Ader? Wenn Dodi auf die 10 dann eine 8 streichen, er geht ja nicht anders. Wenn du mit dem gleichen System spielen willst, kannst du ja den 6er nicht wegstreichen. Oder halt in einem 4-3-3 oder in einem 4-4-2. Finde krass, dass du Luke Bakio so hypes. Finde ich gar nicht so krass. Okay, aber überkrass ist der jetzt auch nicht. Ja, überkrass ist keiner, der bei Hertha spielt. Aber er ist halt der Einzige, der den Unterschied bei uns machen kann. Glaubst du, er gewinnt zu Hause gegen Bremen? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nichts. Frag mich nach dem Samstag nochmal. Meine Meinung ist sowieso mega schwankend. Nach dem 1-1 gegen Freiburg bin ich wieder völlig hyped. Wenn wir 5-1 auf die Mütze kriegen oder 5-0 gegen Leipzig, dann glaube ich an gar nichts mehr. Je nachdem auch, wie wir in Gelsenkirchen spielen, es ist doch sowieso alles mit Fanbrille. Und Hertha hat auch so schwankende Leistungen. Wir haben halt überhaupt keine Konstanz bisher reinbekommen einfach. Ich finde Dodi kann nur Flügel. Ich finde eigentlich Dodi fast besser am Sturmzentrum als auf dem Flügel. Vor allem auf dem Flügel ist er abgemeldet, wenn der linke Flügel dann so ein Marco Richter ist und wenn er immer gedoppelt wird, dann ist er halt abgemeldet. Dann hat er auch irgendwann keinen Bock mehr. Dodi ist natürlich geil auf dem Flügel bei der belgischen Nationalmannschaft, aber da hat er auch Leute wie ein De Bruyne, der ihn dann bedient. Und so eine Spieler haben wir halt nicht. Und ihm einfach nur an der Mittellinie den Ball zu geben, dass er durchrennt, funktioniert halt auch nicht, wenn er dann immer zwei Gegenspieler hat. Bei Hertha kann man gar nichts mehr einschätzen. Ja, das ist es eben. Du kannst nichts bei Hertha einschätzen. Letztes Jahr hatte ich immer Hoffnung und dann hatte ich irgendwann überhaupt keine Hoffnung mehr im zweiten Spiel gegen Hamburg. Da hatte ich überhaupt keine Hoffnung mehr. Und da gewinnen wir dann. Also Hertha ist nicht einschätzbar. Ich hatte auch diese Saison vor dem Gladbach-Spiel überhaupt keine Hoffnung mehr und dann gewinnen wir da 4-1. Hertha ist nicht einschätzbar. Ich hatte auch gegen Augsburg Schiss und dann gewinnen wir da 2-0. Hertha ist nicht einschätzbar. Beziehungsweise sehr, sehr schwer einschätzbar. Immer wenn du was erwartest und denkst, jetzt haben sie es verstanden oder jetzt könnte der Turnaround kommen oder jetzt starten wir mal eine gute Serie, dann verkacken wir wieder. Moetius ist doch wie Kevin De Bruyne. Stimmt. Kaum einen Unterschied zu erkennen in der Spielweise. Ich finde, wie gesagt, Haka, ich finde gar nicht, dass wir schlechter sind als letztes Jahr. Wir sind in der Abwehr halt deutlich schlechter als letztes Jahr. Aber gerade auf den Flügeln sind wir deutlich besser. Wir hatten letztes Jahr überhaupt kein Tempo. Also überhaupt kein Tempo. Wir haben mit Darida und Serda auf dem Flügel gespielt. Da waren wir deutlich schlechter besetzt. Aber Abwehr waren wir halt deutlich besser. Sturm fand ich auch nicht, dass wir da besser besetzt waren. Und Jovetic war halt öfter fit. Gut, Belfodil war noch ganz gut. Dafür haben wir jetzt einen Gangkamm. Also ich finde, außer Abwehr, da ist es offensichtlich. Aber sonst würde ich es eigentlich nicht sagen. Bin mal gespannt, wie sich das Spiel jetzt verändert mit Richter. Habe ich auch Hoffnung, dass Richter dann auch besser und mutiger ist halt auch auf der rechten Seite. Aber wir haben ja auch mit einem Richter in Leverkusen auch gegen eine schnelle Mannschaft gespielt und da haben wir ja auch verkackt. Und zwar richtig. Bitter wird es halt, wisst ihr was, das viel gefährlichere ist gegen diese schnellen Spieler, dass Kempf seine fünfte Gelbe kriegt und auf Schalke fehlt. Dann sind wir am Ende. Eigentlich noch viel mehr, als was Marius gesagt hat, dass man hier Kevin-Prince-Boateng für die wichtigen Spiele schonen muss. Ich habe viel mehr Angst, dass Kempf eine rote Karte, äh, eine fünfte Gelbe kriegt. Kempf müsste eigentlich, äh, ja, dann kriegen wir da halt mega auf die Schnauze, aber Kempf müsste eigentlich gegen Bayern fehlen, wenn dann. Ja. Hm. Was machen wir, wenn Kempf auf Schalke fehlt? Tom, wir müssen einfach umbringen. Richtig, Paolo Fein. So wie die türkische Nationalmannschaft, die hat das auch immer sehr gut gemacht. Sturm ist richtig, was du sagst, du gewinnst, äh, aber die Spiele in der Abwehr und die Abwehr ist eine, es wird ein Bein besser als Kempf. Ja, die Abwehr ist halt wirklich, also, gut, Jordan hat jetzt eh nicht viel gespielt, aber Niklas Stark mit Uremovic oder Rochel zu ersetzen, ist halt wirklich, und dann noch Gechter abzugeben, also, da wäre es ja besser, wenn wir Gechter behalten hätten, zusammen mit, äh, Marton, wobei die hätten ja eh nicht gespielt. Wenn, wenn Rochel und Uremovic fit gewesen wären, hätte er ja eh nicht auf Gechter und Marton gesetzt, aber, wäre auf jeden Fall deutlich interessanter mit Marton, Kempf und Gechter. Wenn Kempf fehlt, muss Pekka mit reingebracht werden, naja, als ob er das macht. Hatte ich aber auch schon, hatte ich ja auch schon überlegt für das Spiel gegen Freiburg, weil wir da ja auch schon Angst hatten, dass, äh, das, äh, Dings ausfällt, Kempfi. Es ist wirklich so krass, wie wichtig Kempf ist, obwohl er ja wirklich jetzt nicht einer der besten Innenverteidiger ist. Er macht solide, aber wie wichtig der mittlerweile ist. Dafür ist Kempf kein, ja, das stimmt, das muss man auch sagen, dafür ist Kempf halt wie ein anderer Spieler im Vergleich zur letzten Saison, das muss, aber trotzdem ist die Abwehr deutlich schwächer. Trotzdem. Pekka. Pekka und Platter als IV. Mhm. Genau. Und in der Mitte Uremovic. Das wäre doch mal eine geile, äh, Innenverteidigung. Platte, Pekka und Uremovic. Oder Platte, Pekka und, äh, Platte, Platte, na, das hatten wir ja gegen Hoffenheim. Platte, Uremovic und Rochel. So als wenn wir auf Rekic gehofft hatten, damals bei Kempf. Ja, Rekic hat, war ja auch immer so, mal so, mal so. Am Anfang habe ich Rekic richtig gefeiert. Rekic hat wenigstens auch ab und an mal ein Tor gemacht. Bei uns hat ja auch noch kein Innenverteidiger ein Tor gemacht. Ist ja auch logisch, weil wir ja auch keine Ecken-Tore schießen. Wir sind ja auch immer noch die einzige Mannschaft, die kein Tor nach einer Ecke hat. Guck mal dein Braunschweig-Reaction-Video an, wie du Platte lobst und Kämpfer fluchst. Ja, das war ja auch Katastrophe, das Spiel. Da war Boyata doch auch so schlecht, ne? Dennis, auch mal wieder dabei. Ja, klar bin ich Samstag am Start. Platte Uremovic und der Osterhase. Der wäre auf jeden Fall besser. Der wäre auf jeden Fall besser. Ja, ich bin Samstag da. Bist du auch da, Kevin? Treffe mich auch Samstag kurz mit Splashy. Ich mache Freitag wieder einen Talk mit Splash, Bruder, übrigens. Falls ihr da Bock drauf habt. Um 19 Uhr. Wird auf jeden Fall ganz geil. Rehkick. Wo ist denn Oma Rehkick eigentlich mittlerweile? Oma. Da hätten wir auch eine wilde Abwehr mittlerweile. Oma, Alderete und Oma Rehkick. Hieß er überhaupt Oma? Nee, Oma war sein Bruder. Karim hieß er. Karim Rehkick. Oma war sein Bruder. Ach, bei Sevilla ist er genau. Kann er ja wieder zurückkommen. Und wo ist Oma? Rehkick. Uremovic ist ein schlechterer IV als Toussaint. Das würde ich jetzt wirklich nicht sagen. Die Spiele, die ich Toussaint in der Innenverteidigung habe. Ich habe immer nur dieses Spiel in Erinnerung gegen Leipzig. Gegen Leipzig, wo wir 6-0 verloren haben, wo wir mit Dreierkette mit Toussaint gespielt haben. Also da war jeder Spieler absolut unterirdisch. Aber Toussaint war da auch die Krönung. Muss man sagen. Die Krönung wie Jakobs Kaffee. Nee, der ist nicht mehr bei Arsenal. Der ist jetzt bei Wigan. Ach, der ist jetzt 21. Oma. Oma Rehkick. Wigan Athletic in der Championship. Benni Lowe, du geile Sau. Danke für 200 Bits. Hau hee. Ein Leben lang, natürlich. Das ist klar. Das kann man nicht ändern. Peppelina ist auch mal wieder da. Mensch, Peppelina grüßt dich. Lange nicht gesehen. Ich bin zu viel online. Oder du bist zu selten da. Suchst dir aus. Ja, ich muss echt gucken, wie ich in der nächsten Zeit es schaffe zu streamen. Ich habe arbeitstechnisch gerade so viel reinbekommen. Und ich muss das auch durchziehen, weil ich habe viel zu wenig gearbeitet im letzten dreiviertel Jahr. Also das ist auch essentiell für mich. Aber ich versuche es bestmöglich, alles hier durchzuziehen. Das kann ich euch versprechen. Tom hat die Hertha-Geschäftsführer schon angerufen, wegen der Kaffeemaschinen, da der gute Dirk weg ist. Ey, ich kann auch nicht mit Kaffeemaschinen umgehen. Ich hatte immer nur, ich habe immer nur eine, wie heißt das, Nespresso, aber keine Werbung natürlich dafür, aber ich kann damit auch nicht umgehen. Ich kann immer nur mit Kaffee-Vollautomaten umgehen. Generell ist mir 19 Uhr zu früh zum Entspannten gucken, aber ich versuche live dabei zu sein, aber mir liegt 21 bis 22 Uhr echt besser. Ihr habt mir auch, ihr seht ja, ich mache das ja auch immer, aber ich muss wirklich sagen, ich habe ja auch wieder mit vielen im Stadion gesprochen, die sagen wirklich, eigentlich ist es denn 21 Uhr zu spät, weil viele halt früh aufstehen müssen. Ich verstehe das Problem nicht, ich stehe auch früh auf. Aber für mich ist auch 21 Uhr besser. Vielleicht ändert sich das irgendwann mal im Leben, wenn ich ein Kind habe, aber 21 Uhr finde ich eigentlich viel, viel geiler abends zu streamen. Aber an dem Freitag will ich abends nämlich noch mit einem Kumpel treffen, den ich auch schon wieder ewig nicht mehr gesehen habe, deswegen. Der ist nur verliehen von Arsenal, okay. Ich komme nicht mehr hinterher und habe auch viel Arbeit im Moment. Wer ist eigentlich Nachfolger von Dirk Dufner? Oh, haben wir intern gelöst. Also das machen jetzt Zecke und Penny Weber. Was hältst du von der Entlassung von Dufner? Was soll ich denn davon halten? Finde ich natürlich super, aber ich mache mir natürlich Sorgen um jeden, der gerne Kaffee trinkt. Du musst dich mehr auf deine Arbeit konzentrieren. In der fünften Liga hast du deutlich mehr Beachtung. Ach, so ein Quatsch, AK. Ja, mache ich ja. Also ich kümmere mich ja auch drum. An allererster Stelle muss natürlich immer erstmal die richtige Arbeit stehen. Das ist klar. Reus darf nur aufgrund seines Status spielen und das muss aufhören. Wollt ihr nicht mit Reus sogar verlängern? Wollt ihr nicht mit Reus verlängern? Aber das ist ja das Gute auch an Twitch und YouTube, dass ich das ja an meine normale Arbeit in dem Sinne anpassen kann. Wenn ich es dann halt mal nicht schaffe, wie letzten Freitag, da wollte ich eigentlich auch ein Video machen. Aber ich hatte halt den ganzen Tag Termine, da habe ich halt kein Video gemacht. Deswegen, das ist ja der Vorteil. Das kann ich ja danach richten. Ins Bett bringen kann ich es schnell nebenbei. Dann mache ich einen IRL-Stream, wie ich mein Baby ins Bett bringe. Mit dem Handy. Und dann singe ich dem Baby vor, damit es einschläft. Auf geht's, Freiburg. Schießt nochmal ein Tor. Immer wieder vor. Dann ist es direkt eingepennt bei dem Lied. No Hate gegen Freiburg natürlich. Komm. Ich wünsche mir mal wieder ein IV wie Simonitz damals. Och, das waren noch schöne Zeiten. Da hat man zwar immer fast einen Herzkasper bekommen, wenn er angefangen hat zu tricksen in der eigenen Innenverteidigung. Aber das war ein Traum. Finde ich die Uhrzeit super. Muss auch früh raus. Also ganz ehrlich, ich gucke ja auch einen ab und an Streamer, wenn ich mal nicht selber streame. Und ich finde auch, also eine Uhrzeit spät, wenn man sich ins Bett legt oder so, ist doch eigentlich umso geiler, umso später. als so früh, wenn man dann vielleicht noch zu tun hat tagsüber. Geht zum Sport oder was weiß ich. Wäre es besser, Bobic oder Prez? Also ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, wie es noch weitergegangen wäre, aber wenn man die Bobic-Zeit auf die Prez-Zeit rechnet, ist es halt schwer zu vergleichen, wenn einer so lange da war. Prez hat ja auch unendlich viele Fehler gemacht. Aber er hat auch ein paar Sachen gut gemacht. Mir fallen jetzt nicht so viele Sachen ein, die Bobic gut gemacht hat, wenn ich ehrlich bin. will so ein LV wie Giberto. Giberto war aber damals linkes Mittelfeld. Da hat man noch mit linkes Mittelfeld gespielt. Wird aber derbster Freiburg-Fan dann dein Kind. Ne, das hasst Freiburg dann, weil ich denen immer das Lied vorsinge. Hör doch mal auf, Papa. Papa. Sing mir mal nochmal Blau-Weiße Hertha vor. Albträume könntest du kriegen, das stimmt. Das stimmt. Ey, bei mir ist es immer so, wenn ich ab und an mal, deswegen mache ich das auch eigentlich gar nicht gerne, wenn ich ab und an mal ein Powernap mache, habe ich immer so derbe Albträume, Alter. Dann wache ich auf und bin erstmal mies deprimiert. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist bei mir immer so. Deswegen mache ich eigentlich ungerne Mittagsschlaf. Leute, wie geil wäre es, wenn Jordan wiederkommt. Er liebt und lebt Berlin. Ich würde es richtig feiern. Ich auch. Aber nicht erst, wenn er 34 ist. Jetzt ist ja Bobic weg. Vielleicht besteht ja die Möglichkeit. Aber ich glaube, wenn er richtig gute Leistungen bringt, weil er sich ja auch in der Conference League und so beweisen kann, also international, dass er auch nochmal die Chance hat, irgendwie in eine andere Liga zu gehen. Vielleicht will er ja so ein Angebot auch nochmal annehmen, in eine der Top-4-Ligen woanders hinzugehen. Sag mal eine Sache, die Bobic gut gemacht hat. Was ich ganz gut fand, war der Tag, als er entlassen wurde. Dieses eine Interview. Nee, Schwolo. Das war wirklich gut. Das war eine Meisterleistung. Er hat zwar damit gerechnet, dass Schalke den Fehler nicht so früh erkennt wie wir, aber sie haben ihn deutlich früher erkannt als wir. Das muss man einfach sagen. Wir können ihn sicher für 8 Millionen zurückkaufen. Bestimmt. Das wäre doch mal ein cleveres Unterfangen. Die einzige Sache, die Bobic auch noch gut gemacht hat, war die Eier zu haben, Nankam nochmal zurückzukaufen und sich quasi den Fehler einzugestehen. Gut, wir wissen natürlich nicht, was er hinter den Kulissen gemacht hat. Ganz herzlich. Vielleicht war es ja auch gut, dass er Tiam installiert hat. So was werden wir vielleicht erst, manche Sachen wird man vielleicht erst in langer Zeit sehen. Wenn nächstes Jahr Erste Bundesliga brauchen wir LV und RV mal frischen Wind und einen Zehner. Wir brauchen unbedingt einen Zehner. Und zwar mal einen, der auch auf seine 10 Assists im Jahr kommt. Das wäre essentiell. Kämpfgechter Dardai als IV ist okay. Vielleicht noch was vom Kaliber Baumgartel. Ja, du brauchst halt noch irgendwas. Andersrum, wann willst du denn dann mal auf die jungen Spieler setzen? Irgendwann willst du ja auch mal darauf setzen. Albträume normal als Hertha-Fan. Ja, was soll ich dir sagen? Ich träume eigentlich meistens so Sachen, die total gut sind und habe dann Hoffnung, die treten wir uns leider in der Realität nicht ein. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Bis zum nächsten Mal.